Habibi, mein Schüler, ich bin's, euer Lehrer, und da heißt ja, das Jahr 2019 ist ein paar Vorsätze gemacht, deswegen habe ich meine Wortwahl etwas aktualisiert, um vielleicht etwas Litter rüberzukommen. Oh, was für eine Littuation, ne? Also ich würde sagen, es könne ja nichts besseres sein, als das Jahr 2019 mit ein paar Litten Mathehausaufgaben zu beginnen. Ja, das sind auf jeden Fall alles super lit und nice und fresh und diese Ausgaben haben so viel swag. Ja, man muss halt ein paar Matheaufgaben lösen und, ja, ich bin's, äh, der Herr Litt. Stellt euch mal vor, das gerade wäre Realität. Also, das wäre schon, ja, das wäre schon wie ich wünsche. Auf jeden Fall habe ich ziemlich lange, äh, äh, auf dieses Video irgendwie vorgeschoben, gewartet und gesagt, ah, ich nehme das schon noch auf, weil ich, äh, ich zum Ding wollte, dass jemand hört, wie ich den Herr Litte spiele. Ja, auf jeden Fall wollte ich damit jetzt das Thema 2019 und sich, wie würde das, ja, so ein Sofern daran sprechen, also, was für Vorsätze man hat und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe keine Vorsätze über das Jahr 2019. Ja, das war es dann eigentlich auch mit dem Video. Hoffentlich hat es dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bye.